15 Jahre ist es her, dass die ersten Menschen auf dem Mond landen und mit allen Medien gingen die Bilder, wie unser Planet aus dieser riesigen Entfernung aussieht. Wunderschön. Entfernen kann uns auch hier manchmal helfen. Manchmal nützt es Probleme und Dinge mit einiger Distanz zu betragen, vielleicht um sich dann klarer über die Lösung zu werden. Aus der Ferne sieht unsere Erde blau und grün aus und die stebigen Berge leuchten weiß. Aus der Ferne vereinigt sich das Meer mit dem Strom und der Adler setzt zum Flug an. Aus der Ferne herrscht offenbar Harmonie und die findet weltweit wieder an. Es ist die Stimme der Hoffnung und des Friedens und die ganze Menschheit stimmt da. Aus der Ferne scheinen alle genug zu haben. Niemand ist bedürftig. Es gibt weder Waffen noch Bomben noch solche. Auch keine Ruhe. Aus der Ferne sind wir Instrumente, die in einer gemeinsamen Welt Lieder der Hoffnung und des Friedens spielen. Aus der Ferne siehst du aus wie mein bester Freund, auch wenn wir uns bekämpfen. Aus der Ferne kann ich den Sinn des Krieges nicht verstehen. Aus der Ferne herrscht Armin, deren Echon die Welt erfüllt. Es ist die Hoffnung, die Liebe steckt in das vereinte Herz der gesamten Menschheit. Und heute beobachten wir uns aus der Ferne herrscht. Und heute beobachten wir uns aus der Ferne. Aus der Ferne herrscht Armin, deren Echon die Welt glückte den Gästen für die Welt schönes und die Welt entsteht. Aus der Ferne herrscht Armin, deren fylde und sich gezwungen die Welt zu clearerer Zeit. Aus der Ferne herrscht Armin, deren aufgeziem die Welt in der Energiekurs Ariel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aplausos 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 Aplausos